Du arbeitest hoch oben auf dem Dach? Dann ist Sicherheit besonders wichtig. Ob du den richtigen Umgang mit der PSA-Schutzausrüstung lernen möchtest oder wissen willst, wie du dich sicher auf dem Dach bewegst, bei uns bist du goldrichtig. Unsere Erklärvideos von Leri2Go bieten dir kurze und präzise Anleitungen, die dich fit für den Arbeitsalltag machen. Also, klicke jetzt rechts oben und entdecke unsere Playlist zum Thema Sicherheit auf dem Dach. Leri2Go ist ein Projekt von IBIS ACAM, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundessinnungen der Bundessinnungsgruppe Bauen Nebengewerbe.